Nein, habe ich noch nichts gehört und deshalb gehen wir davon aus, dass er auch spielberechtigt ist, genauso wie er auch spielberechtigt war laut TMS-System gegen Hertha. Wir wussten um diese Geschichte, aber dafür ist das FIFA-System ja auch dann letztendlich zuständig, dass wir die Dinge so eingeben und wenn von der Seite abgebender Verbände nichts anderes kommt, dann geht das ganz normal seinen Weg und das Urteil war ja erst, glaube ich, gestern. Und wie gesagt, die Spielberechtigung ist da auch erteilt worden, ganz normal, und sollte da nichts anderes kommen, ist ja ganz normal spielberechtigt. Es ist ja klar, dass wir immer von dem Ist-Zustand ausgehen und auch die Verbände von dem Ist-Zustand ausgehen. Was wäre denn gewesen, wenn diese Verhandlung erst in vier Wochen ist? Als Beispiel, das können wir ja nicht beurteilen, wir wissen ja nicht, wie andere Verbände agieren, wie sie sperren, in welchem Pokalwettbewerb, im Liga-Wettbewerb und wie gesagt, dafür ist dieses System ja auch da, dass genau die Dinge dann auch entsprechend angemarkert werden und wir alle damit umgehen können. Und das ist alles komplett sauber durchgegangen bei uns und deshalb war ja auch spielberechtigt rechtzeitig zum Spiel gegen Hertha, so wie wir das auch wollten. Und wenn da im Nachhinein nochmal anders entschieden wird, das kann ich nicht beurteilen, das liegt nicht in unserer Hand und das warten wir jetzt einfach mal ab. Aber sicherlich wissen wir bis morgen Vormittag, ob wir ihn mitnehmen können nach Menschen Gladbach.